Also diese Woche nach, jetzt haben wir schon so viele grandiose Pics gehört. Für ganz Italien und alle Kopfhörer, die es gibt. Okay. Ne, und ich weiß auch noch mal, wie angekündigt auf die Beats abhin. Weil es jetzt zur Sendung passt und weil es irgendwann mal fallen muss. Also ich bin echt ziemlich begeistert von diesem Streaming-Service, den man sich auch aus Deutschland klicken kann. Wenn du dich entsprechend erst einmalig mit deinem, weißt du, versteckst, woher du kommst, IP-Adressen, was man da heutzutage verwendet, dich einloggst und dir einen Account klickst. Und was man also tun muss, wenn man für Sachen bezahlen müsste. Also dann musst du halt dich, das musst du dich als Amerikaner ausgeben und dann kannst du aber deine Kreditkarte hinterlegen. Und die Integration bei der Beats-Geschichte funktioniert auch mit dem Sonos-System. Also das ist gleich von Anfang an funktionabel. Aber die iOS App, die ich auch schon mal im Blog hatte, die ist schon echt gut. Also gerade diese Features mit Bilde einen Satz. Das ist jetzt schwierig, in die Kamera zu halten. Aber es gibt diverse Videos im Internet, das mal sich anzuschauen. Und man kann halt nach Aktivität und dann nach Genre oder halt nach diesem Satzkonzept das strukturen. Und ich finde halt die Musikauswahl echt gut. Also für mich ist es im Moment echt der beste Streaming-Service. Klar, mit den Einschränkungen, dass es im Moment halt irgendwie nur in den USA verfügbar ist. Und wenn man durch die Hürden springen will, dann kann man da sich so einen siebentägigen Test-Account, glaube ich, klicken. Und wer das machen möchte und dann ausprobieren mag, dass du musst zum normalen Hören hier nicht irgendwie VPNs anwerfen und so. Dann geht das auch so. Winziger Mini-Pick dazu von Basti ist der, ich pick mal für dich kurz mit, der Tunnelbär. Oh ja. Und zwar, wenn man mal so ein VPN nur für eine Kleinigkeit braucht, um mal eben irgendwas zu klicken, was in irgendwelchen Ländern nicht funktioniert, dann gibt es hier ein VPN vom Tunnelbären. Und du kannst dir das Land aussuchen, du kannst den an- und ausklicken. Du musst nicht mit der System-VPN-Einstellung rumdingsen. Kannst du aber. Kannst du aber, musst du aber nicht. Und du kriegst sowas wie 500 Megabyte im Monat gratis. Und wenn du nochmal twitterst, kriegst du nochmal ein Gigabyte drauf. Genau. Und wenn du das Ganze jeden Monat einmal twitterst, dann kriegst du das Ding drauf. Oder du zahlst halt, was kostet das, wenn du mehr möchtest. Fünf oder drei oder fünf Steine irgendwie im Monat. Vier, fünf, ja. Fünf im Monat oder 50 im Jahr. Und die haben eine ganz ordentliche Auswahl an Ländern, die du auch auswählen kannst. Und sie sind auch relativ schnell. Also man kann da drüber zum Beispiel sinnvoll ein Doctor Who streamen. Also ein iPlayer-Quatsch-Stream. Wenn man das machen würde, weiß ich ja nicht, machen würde. Sie haben UK, sie haben USA und sie haben auch so absurdes Zeug. Und sie haben auch Deutschland mit drin. Also wenn man mal im Ausland ist und unbedingt Mediatheken-Quatsch gucken will, geht das auch damit. Dieses Video ist in jedem Land nicht verfügbar. Naja. Gut.